Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja heute spielen wir mal wieder Ballstars und ich glaube es ist abgestürzt. Nein, es ist nicht. Es ist richtig und richtig. Es gibt noch neue Spiele, die den Filmchen, okay. Tschüss. Neue Saison. Gut, dass ich gerade angemacht habe. Das ist ja krass. Okay, cool. Genau. Legendären Stato. Und das wird dann natürlich auch der Dings der Folge. Okay, ich wollte nur so ganz kurze Aufnahmen machen, aber einfach direkt legendäre. Okay, Hyperlandung. Hyperlandung ist gut. Für wen? Das geht doch gar nicht für die, oder? Hat das noch Jackie? Oder Dings? Wer war das? Dumm. Aber die Banane ist krumm. Hier, der war so schlecht. Oh, es gibt 500 Dingsbumspunkte. Ich werde jetzt einmal am Anfang direkt einen legendären Stato bekommen. Hier, der war so geschenkt. Was sind wir hier? Keine Ahnung. Das ist egal. Okay, der Knopf ist auf jeden Fall. Keine Ahnung. Die schreiben einfach irgendwas von einem anderen Knopf rein. Wir spielen jetzt mal. Okay, weißt du was? Wir nehmen jetzt... Ich mache jetzt die Augen zu. Und mache so. Und ich sage... Ich sage einfach so. Also, ich habe wirklich Augen zu. Ich kann... Ich zeige leider mein Face nicht. Also, ich zeige mein Face halt nicht. Und ich sage, der Baller wird's. Digga, Dynamike. Deine Mike. Boah, können wir noch mal. Ich hasse Deine Mike. Ich schwöre sie bitte. Boah, der erste Ding ist... Zu teuer. Toll. Deine Mike. Ja, gut. Darüber sind wir jetzt gar nicht fröhlich. Ähm... Ah, noch Brawl Ball, Digga. Noch ein Brawl Ball. Ich habe aus Versehen Brawl Ball ausgewählt. Der Brawl Ball, da werde ich jetzt reinkacken. Der hat ja... Der Brawl Ball ist wichtig für Leben. Ich habe das nicht gerechnet. Doch, um... Oh mein Gott. Ja, du bist echt nicht... Aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Boah, Junge. Ich warte so aus. You have to be seen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deswegen, ich nehme dieses Video gerade um 19 Uhr auf. Das ist, weil das vorproziert ist. Ah, Junge. Es werden jetzt auch hoffentlich öfters Videos kommen. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Ich bin Abwehr. Super Abwehr bin ich. Ich hab Ball, ich hab Ball. Muss Ball passen. Muss Ball passen. Nein, 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 nein. Aber es wird bald auch wieder mehr Videos geben. Ist auf jeden Fall ungesagt von mir selber. Junge, es kann doch nicht sein, das Match ist vorbei. Oh, meinst du den Kackhaufen? Boah, geil. Hm, super. Ho, Matsch. Was hat der gesagt? Hat der gerade? Ho, Matsch, zäh, deine? Zäh, zäh, zäh. Wir nehmen auf gar keinen Fall deine mal ein. Die soll ich wieder mit Augen zu machen? Ich mach mit Augen zu. Oh, so, bist du krise? Du? Ja, aber nicht Blurball. Nicht Blurball. Das ist wirklich ein Blur-Showdown-Spieler eigentlich, finde ich. Ich werde vielleicht auch gleich noch eine vorproduzierte Grau-Looks-Aufnahme machen. Weil ich möchte halt wieder Videospieler haben. Deswegen jetzt kann ich die zu einem Thumbnail zu haben. Also wirklich, ich weiß nicht mehr, ob ich bei den Boards das Video in Thumbnail machen werde. Vielleicht auch einfach dieses legendäre Grau-Looks-Aufnahme-Bild. Was für ein cooles. Ein Bild, weil... Ja. Genau. Junge, der heißt einfach Mr. P. War das? Nee, das war eigentlich B. Sogar. Nein, ich hasse die. Ich hasse das. Ich hasse Wurzers. Oh, super. Deswegen. Easy. Easy. Easy going. Kapitän Luna hat schon mal eine der Box geplaced. Warum ist diese Mega-Attacke so klein? Ey, da hat der Mikro meinen Mitspieler. Oh nein, was geht? Mann. Ich wollte den Schleppmann-Freundermus-Mus-Mus-Mus-Mus-Mus-Mus. Ich finde mein Interest super. Das ist mein Interest. Und ich denke, niemand hat so ein Interest. Und doch. Dann bin ich seitdem. Nein. Warum können wir ihn verlassen? Oh mein Gott. Wow. Toll. Nee. Okay. Ja, ich bin am Spieke freischalten. Oh, honey. Angelo, der Buller soll doch auf einmal so OP sein. Touch Mode. Spike. Damage-Dealer. Damage-Dealer. Oh, bruh. Was ein Müll. Weißt du was? Wir werden jetzt Duck. Duck sagen alle sehr schlecht. Ich werde ihn jetzt in Trainingsmatch testen. Mal sehen, ob Duck wirklich so schlecht ist. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht. Die Spieler sagen auf jeden Fall, Duck ist kacke. Oder sagen, Duck ist halt nicht so gut. Also einfach Duck ist nicht so geil. Oh mein Gott, wie cool. Er hat den gerade übel. Jetzt hat er noch nie gespielt. Ich weiß nur, dass manche YouTuber oder generell manche sagen, dass Duck kacke ist. Das stimmt aber nicht. Nee, 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 nee. Das verliert. Das ist witzig. Ich habe noch gesagt, ich spiele mit Bots und verliere. Die Bots sind natürlich jetzt sehr schlecht. Aber besser als ich immer noch natürlich. Tja. Nein. Sonst wäre ich ja ein Boot. Oder vielleicht bin ich ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Oh mein Gott. Das hasse ich, wenn er Duck macht. Also dieser eine. Ist ja nur eine Hautzone. Wer ist ein richtiges Problem? Der da. Halt er nicht. Und der da. Der, der, der drauf. Weißt du, den wollte ich früher immer haben. Wisst ihr, mein Schatz. Weißt du, du musst lieber zum Schauern. Was ist das jetzt? Okay, wir haben gewonnen. Duck ist auf jeden Fall cool. Also, duck ist nicht so viel. Duck kostet jetzt mehr als zwei. Das kostet. Ja, okay, sonst würde er natürlich. Hol die Juwelen. Wie viel kostet Juwelen? Ich sehe schon, wie das ich die kaufen. Ich will nur gucken. Tigger. 2000. Für 120 Euro. Ja. Das wird doch teurer gemacht. Das war doch mal 118 Euro, oder nicht? Könnt mich ja mal gerne in den Kommentaren aufklären. Boah, das ist Shelly. Ich denke, das ist Shelly. Shelly ist das. Okay. Ich glaube, die Folge ist dann auch gleich vorbei. Wir haben sehr wenig gemacht, tatsächlich. Finde ich. Kann man diese Skins-Liste sehen. Tata-Look. Ähm, und genau. Äh, ja. Guck, wusste ich doch, was ist das. Titts. Ich weiß nicht, was mir da los ist. Die sind am besten. Mandita-Shelly, Ding-Shelly. Genau, und damit würde ich eigentlich schon sagen, dass damit die Folgen... Boah, Spike-Skins sind so cool, ne? Star-Sebast-Hash-Lich. Schön. Na, okay. Boah, cool. Boah, der ist ja mega geil. Die ist ja so cool. Sprout. Oh, ich bin's mal. Das ist der, und der Gegner, Ash. Mhm. Bloo. Dafür gibt's Skins. Gold. Oh, mein Gott, Burger, du. Der ist cool. Gruis. Boah, ich... Was schon? 5.000. Was? Warum? 5.000. Okay, Freunde, ich würde damit sagen, damit beenden wir die Folgen auch. Die Folge auch und damit schau mit auf. Die hatte ich früher sogar. Tschüss.